Mit einer spektakulären Lichtershow im Santiago Bernabeu hat Real Madrid seine elf Titelgewinne in Champions League und Landesmeisterpokal gefeiert. Einen Tag nach dem Finaltrium von Mailand feierten 80.000 Fans ihrer Helden in Weiß, angeführt von Trainer Zinedine Zidane bis hin zu Superstar Cristiano Ronaldo, der die Show auf so einer großen Bühne sichtlich genoss. Henkelpott, Lasershow, Feuerwerk. Große Spektakel eben. Genau das, was dieser Ausnahmeklub für sich beansprucht. Der erfolgreichste Verein Europas feiert sich selbst.